Ich bin nach England gekommen mit sechs Jahren, also war es nicht möglich, dass ich die erste Zeit irgendetwas gemacht hätte, außer existieren. Ich muss dazu sagen, ich war eine von den ganzen Flüchtlingskinder, eine der glücklichsten. Ich hatte einen Onkel in Birmingham, der schon naturalisierte Engländer war. Ich hatte eine Tante drüben, die meiner Mutter zum Verwechseln ähnlich sah. Und vor allen Dingen war schon mein Großvater drüben. Und der Großvater, das war so, der ist von Wien weg im März 1938. Am nächsten Tag hat ihm die Gestapo gesucht, weil er ein bekannter Linker war. Und seine Hausangestellte, mit der wir dann lang befreundet waren, sagte er, der Herr Professor ist schon Jahre lang weg. Dabei waren er ein paar Stunden erst weg. Aber er wurde in England eben von zwei seiner Kinder erwartet. Und wie ich dann mit einem Kindertransport, unerwarteterweise muss ich sagen, rübergekommen bin, hat mich der Großvater, den ich gut gekannt habe, abgeholt. Also ich war, ich bin in dem Sinn nie ins Ungewisse gefahren. Aber es war trotzdem einiges. Ich meine, es war die Sprache. Dann, wenn man so will, ein gewisser Kulturschock. Also, ich erzähle es, es ist da drinnen alles. In der Schule konnte ich nichts recht machen. Das fing an davon, dass in England für kleine Mädchen Strümpfe fast unbekannt waren, weiße schon gar. Das fing an, das ging weiter, dass ich die Sprache nicht konnte, das ging weiter, das ging weiter, dass ich absolut nicht das war, was sich die Leute unter einem jüdischen Kind vorgestellt haben. Das ist zwar viel früher gemacht worden, aber hellblonde Locken, das haben sie sozusagen nicht erwartet. Dann, das werde ich vielleicht noch aus dem Buch herauslesen, weil das, und zwar war das so, ich war zuerst in Birmingham beim Onkel. Dann sind nach etwa sechs Wochen die Eltern doch nachgekommen nach England. Und dann haben wir alle zusammen in London gewohnt, in Golders Green, also das ist Nordwest London. Und in der Schule, wie gesagt, konnte ich nichts recht machen. Zuerst kam ich zu den kleineren Kindern, die wollten mit mir nicht spielen. Die waren sechs und die waren vier und fünf und die waren groß, also das war es nicht. Und dann kam ich in eine Schulklasse, da verstand ich nichts, da war ich auch nicht ausgerüstet, hatte die Sachen nicht. Und das andere, was ich, und dann, wie der Krieg ausgebrochen ist, oder noch nicht ganz ausgebrochen war, haben mich die Eltern geschickt aufs flache Land nach Wiltshire, zu einer alten Engländerin, bei der wir in Ferien waren, vorher. Also mir kam sie vor, dass sie nie jung gewesen war. Sie war ein Fräulein, war Erzieherin gewesen für adelige Kinder. Also mir täten diese Kinder heute noch leid. Absolutes Benehmen und tausend Tabus und beten früh und mittags und abends. Und in der Schule auch. Und ich hatte ja den christlichen Gott nie gekannt. Und für mich ist er bis heute synonym mit Hiebe mit dem Rohrstappen. Das war irgendwie undenkbar bei uns. Es war schon, sagen wir, tabu oder verboten, dass man einem Kind erwatschen gibt. Ich habe Erwachsenen auch Nerven und es rutscht einmal die Hand aus. Aber gezielt mit dem Rohrstappen, also das war völlig undenkbar. Und das war dort gang und gäbe, zu Hause und in der Schule. Und meine Mutter hat zählt, da steht das Rohrstappen, und hat gedacht, das ist nur für die Hunde. Mein persönliches Fazit ist, wer Hunde haut, haut Kinder auch. Ja, und von dort bin ich, also ein völliger Wechsel. Von dieser alten Miss bin ich dann wieder zur Mutter und zur Tante, zu einer Familie in Oxford. Und die Familie ist heute noch meine Familie. Bin hingekommen, wurde aufgenommen, war Familienmitglied. Und alle Ferien nach, später dort verbracht und so. Und das, also der Familie verdanke ich ungeheuer viel. Der Mutter vor allem, aber auch die Geschwister. Und wie gesagt, die Ziehschwester ist vor drei Jahren gestorben. Und wir sind, wir waren Geschwister, und ich bin heute mit ihrem Sohn unter denen, das ist feindlich. Also das muss ich dazu sagen, so unterschiedlich sind die Sachen gewesen. Darf ich dich nur fragen, du hast sechs Jahre, wie es klar war, dass du nach England gehst. Kannst du dich noch erinnern, auch wenn du sagst, es war für dich nicht so eine Ungewissheit wie für die anderen Kinder, weil du gewusst hast, dass dein Großvater dich abholen wird. Aber mit sechs Jahren, die Entscheidung, plötzlich das Land zu verlassen, wie hast du das, wie hast du damit, wie bist du damit umgegangen? Eigentlich war ich scheinbar immer irgendwie abenteuerlustig. Und das war ja so, die Plötzlichkeit war ja nicht so plötzlich. Weil meine Eltern ja angesucht haben und so, und es war vorgesehen, dass sie knapp nach Weihnachten, dass wir alle drei fahren. Und die Plötzlichkeit war nur, dass ich sechs Wochen früher mit dem Kindertransport gefahren bin. Aber wir waren eingestellt, dass wir weg, dass wir wegfahren. Also es war nicht so schlimm und wie gesagt, ich habe gewusst, zu wem ich komme. Den Onkel habe ich überhaupt nicht gekannt, die Tante nur sehr wenig, ich glaube von einem Wienbesuch. Aber der Großvater, heiß geliebt und wir waren dauernd dort, also den, der war völlig außer Frage. Und also, ich habe nicht, ich habe nur die Erinnerung, dass ein Kindertransport, die anderen Kinder haben geweiht und waren traurig und ich überhaupt nicht. Ja, also da war eigentlich, also die Reise selber und das dort rübergekommen war kein Schock. Der Schock kam erst dann, zum Teil mit der unverständlichen Sprache und Schule. Ja, das war das Wichtigste. Wie gesagt, in Birmingham war die Schule noch einigermaßen zum Dermachen, obwohl ich mit der Kindergartenklasse nichts anfangen konnte. Und sie mit mir schon gar nicht. Aber in London war es eher dramatisch. War das zur Zeit des Blitzes und hast du die Bombenangriffe erlebt? Nein, da war ich schon weg, da war ich schon im Milchia. Ich habe zwei Tage, glaube ich, irgendwann mit Bombenangriffe in der Zeit in London gelebt. Und habe das nicht realisiert. Ja, Oxford war verhältnismäßig ruhig und in Oxford, interessanterweise, war die Schule überhaupt kein Drama und ich war in der Familie integriert, also in Oxford ging es mir eigentlich gut. Über die ganzen Jahre, wo ich dort in den Ferien war, wie gesagt, das ist bis heute meine Familie. Aber ich kam dann, und das ist vielleicht auch interessant, in eine sehr bekannte Schule inzwischen. Und das war die Reformschule Bandschort, ursprünglich Neuherlingenschule. Das war eine deutsche Reformschule und die haben sehr viele Flüchtlingskinder, Kindertransportkinder und so aufgenommen. Und das Schulgeld zahlte sehr oft die jüdische Solidarität. Weil das hätten wir uns nie leisten können. Und wenn ich ein bisschen auf die Schule eingehe, die Schule, die überhaupt im Buch fast nicht vorkommt, die Schule bot eine, naja, wir waren neun oder zehn Kinder in einer Klasse und gute Lehrer. Sowas kann nicht schief gehen. Tatsache ist, dass in allen Klassen dieser Schule aus jeder Klasse zwei oder drei rausgegangen sind, die in ihrem Fach absolute Spitze waren. Ja, das fangt an mit dem Leslie Prent, der zehn Jahre älter ist und der Immunologe aus dem Nobelpreisteam war. Und der war besonders mit der Schule verbunden, darum ist er auch immer wieder auch als Soldat oder so zu uns gekommen in den Ferien. Darum habe ich ihn gekannt. Aber das geht weiter mit wirklich bekannten Leuten, die also Schulkollegen waren, eine Klasse höher, meine eigene Klasse. Also wir waren wirklich gefördert. Alle miteinander. Und dort blieb ich bis 1946, bis wir dann nach Wien zurück sind. Und Young Austria war die Verbindung so, dass meine Mutter gegen Ende des Krieges nach London gezogen ist und im Austrian Center gearbeitet hat. Das Austrian Center war das, kann man sagen, das Nebenhaus von Young Austria. Das hat sozusagen zusammengehört. Waren aber zwei Häuser, Westbound Terrace. Und das war die freie österreichische Bewegung mit teils Niederlassungen in englischen Städten, teils international vernetzt. Und ich habe mir eigene Zeitung ausgegeben, Zeitspiegel. Und meine Mutter hat in Zeitspiegel versandt und in der Telefonzentrale gearbeitet. Also habe ich mit so 13, 14 Jahren, eigentlich mit 12,5 Jahre, alle Leute, die dort ein- und ausgegangen sind, in den Ferien kennengelernt. Und da war es nur logisch, dass ich in der Kindergruppen in Young Austria drinnen war. Und meine erste Gruppenleiterin, die ist jetzt gerade weggegangen, war die Hanna Fischer. Hanna Fischer, Hanna Fischer, die da. Ja. Kannst du dich erinnern, was ihr so bei den Gruppenabenden gemacht habt? Ja, selbstverständlich. Und zwar, erstens ist die politische und die Kriegssituation besprochen worden. Zweitens haben wir zum Beispiel Gorki gelesen und darüber diskutiert, Lieder gelernt. Ja, das war das meiste. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich nur in den Ferien dort war, waren das pro Ferien zwischen 4 und 8 Mal maximal, wo ich teilgenommen habe. Und auch, sagen wir mal, aktiv war. Ja, wir haben auch dann, wie Kriegsende war, gesammelt und Pakete nach Österreich geschickt. Ja, also, weiß ich, Süßsachen und halt Essen. Und wie war dann eigentlich die Rückkehr nach Wien? Da geht man, ihr seid weggegangen, da warst du sechs Jahre, dann hat man die Schwierigkeit mit der Sprache, die Frage auch, habt ihr euch in England noch als Österreicher gefühlt? Oder war die Perspektive, weil man hat ja, heute weiß man ja, wie es ausgegangen ist, aber damals hat man ja nicht gewusst, wie der Krieg, also ab einem gewissen Zeitpunkt schon, wie der Krieg ausgehen wird, ob man jetzt hierbleiben wird in England, ob man jemals wieder zurückkommt. Ja, also, da gibt es zwei, drei Erzählungen. Als Österreicher, nicht national, aber von Landschaft und Leben her, habe ich mich eigentlich immer gefühlt. Ich bin in Wien auch vor 1938 mit klassischer Kammermusik groß geworden. und da ist mir eine Begebenheit in Erinnerung, wie auf einem Radio die kleine Nachtmusik gespielt hat und ich habe das gekannt und habe gesagt, das ist zu Hause gespielt worden. Das war mir sozusagen ein Begriff, genauso wie Urlaubsbild aus Tirol. Also, ich habe noch Wälder und Bäche in Erinnerung gehabt, die es in dieser Form in England überhaupt nicht gibt, ich da mal ein direktes Stück, dann habe ich, interessant war es in der Schule, wir galten alle als Deutsche, die ganzen Flüchtlingskinder, und jetzt, über 60 Jahre später, habe ich festgestellt, die, die meine Freunde waren in der Klasse, mit denen ich jetzt wieder in Verbindung bin, waren durchaus Österreicher. Ja, also das hat sich sozusagen, ich würde zwar sagen, unwillkürlich ergeben. Also bei der einen, die mich jetzt in Mai getroffen hat, die mich jetzt in Mai besucht hat, in Israel lebt, habe ich die ganze Zeit gar nicht gewusst, dass sie aus Wien ist. Rudrimon, oder wer? Wie heißt sie? Aus Israel? Die Freundin, wie heißt sie? Na, jetzt heißt sie Erika Herrmann, geboren Erika Reichmann, und wir haben uns eine E-Mail geschickt, da sagt sie, ich sage was von der Alten Donau, naja, da hatte mein Vater einen Garten. In der Klasse wollte ich nicht fragen, weil es irgendwie verpönt war, da große Unterschiede zu machen nach den Nationalitäten. In der Klasse hatten wir mindestens vier, was ich weiß, Österreicher, Deutsche, Engländer und der Tschechien, aber vielleicht noch mehr, man hat das einfach nicht, das war zusammengelegtes Benehmen der Langfragen. Und dann die Rückkehr nach Wien, wieder eine andere Situation? Ja, da muss ich sagen, durch die Mitgliedschaft in Young-Austria und dadurch, dass meine Mutter aktiv war und auch in der KB aktiv war, kam ich nach Wien zu der Zeit in eine gewisse Gemeinschaft hinein, außerhalb von Schule und Beruf. Und in der Schule gab es die skurrilsten Dinge und habe mich also relativ schwer getan, Sprache komplett. Ja, dazu muss ich sagen, wie ich am Land war in England oder in Oxford. Am Land war es absolut verboten, auch nur ein deutsches Wort. Und in Oxford und dann wollte ich nicht. Ich wollte nicht auffallen. Und ergo dessen war das Deutsche, wir haben zwar Deutsch in der Schule gehabt, mit den vielen deutschen Kindern und Lehrern, aber Deutsch und sogar das österreichische Deutsch war weg. Das habe ich mit 14 sozusagen von vorn anfangen müssen, das war auch nicht gerade leicht. Ich habe damals gesagt, damals scherzhalber, bevor ich noch einmal Deutsch lerne, lerne ich lieber Chinesisch. Wie wir dann wirklich einmal Chinesisch-Kurs gemacht haben, habe ich festgestellt, ich habe recht gehabt. Deutsch ist mit den geteilten Zeitwörtern und mit, dass die Sätze meistens nicht so viele Zeitwörter haben, sondern dass alles auf Hauptwörter geht, schon schwer genug. Und wenn man dann wirklich Deutsch gelernt hat und kommt nach Wien, versteht man womöglich kein Wort. Das hat ziemlich lang angehalten. Da habe ich schon einen Abschluss gehabt von der 4. Gymnasium und bin in die Handelsschule gegangen und habe noch immer mit Deutsch Schwierigkeiten gehabt, was sich sehr nachteilig, zum Beispiel bei Stenografieren, ausgewählt hat. Das andere war, was ich mir gesagt habe und sagen habe müssen, bis heute zum Teil noch, wo warst du unter dem Krieg? Ab einem gewissen Alter warst du noch dort. Und meine Gleichaltrigen, die sind ja unter dem Hitler in die Schule gekommen. Das heißt, Antisemitisches war bei denen so in Unterbewusstsein, dass sie es selber nicht gewusst haben. Und das war natürlich schwer. Und das war natürlich schwer.